Vielleicht muss ich auch erst ein bisschen Manipulator machen Ähm Nein So So, jetzt hab ich auch noch Präventivschlag Das wirkt gar nicht bei dem No, Dani So, jetzt kriegst du noch mal einen Blitzrahmen Aua, Mann Hör doch mal auf mit der Kacke Das tut weh Alter Schwede Hör uns doch Oh, ouf Gelatine Free Aqua, Aqua Nein Lightning Mobiga Komm schon Ich habe so das dumpfe Gefühl Dass ich da überhaupt nichts an Schaden mache Mr. Gelatino, ey Heil doch mal bitte die Gruppe vernünftig hoch Wennel Kinders Oh Mann, ey Der hat auch nur Gruppenangriffe Das ist das Ding, was mich am meisten bei dem so stört An diesem Schwabbehindern An diesem Schwabbehindern Was zum Achso Morbiga Aber das klappt jetzt schon wesentlich Oh, oh Das wird jetzt richtig scheiße Das wird jetzt richtig klatschen Na komm Heiße dich Vanille Jawohl Du heißt dich Wow Was macht denn Fang jetzt gerade Kann doch nicht wahr sein, dass das so lange geht Nein Jetzt singt zu schnell Aqua, Aqua Nein Und das tut jetzt auch richtig weh Oh Mann Oh Mann Oh Jetzt habe ich den Schock überhaupt nicht richtig nutzen können, ne Ach Es ist so bitter Odin Ist mir jetzt egal Den habe ich schon lange nicht mehr gerufen Jetzt wird es mal wieder Zeit für ein bisschen Action Das gute ist Der hat auch noch Blitz Uhhh Das Schild Komm Komm da Maufen wir nochmal so ein bisschen Sacré bleu Es ist Pony Es ist Pony Time Chaka 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 Boom Immer feste Druf Sag ich Und nochmal Weil es so schön war Der Schlussakt Tilbion Dankeschön Oh Jetzt hat er mir aber zum Dank nochmal so eine richtig schöne reingepfeffert Wieso ist denn der Schock jetzt weg Oh Kinders Jawohl Yes Bitch Jawohl Hau mir noch eine rein Oh Wunders Oh Wunders Selbst mein stärkster Geist Der schafft es nicht Gegen dieses Vieh Ich krieg mich nicht mehr eine Meine beste Heilerin schafft es gerade so ein bisschen gegen zu heilen Ich muss trotzdem mithelfen Es darf nicht wahr sein Es darf wirklich nicht wahr sein Das hältst du in deiner Rübe nicht aus Aqua Aqua Boom Boom Und jetzt gibt es nochmal schön einen drauf Oh nein Wie lange hält denn dieser Debuff bitte Nein Das ist das Ding jetzt wenn Nil trifft Das ist jetzt äußerst ungünstig Das ist jetzt richtig ungünstig Oh oh Warum muss das ausgerechnet jetzt mal im Heiler treffen Kann man das mal jemand sagen Oh Okay Hier ist es schon wieder weg Benil ist auch befreit Jawohl Nein Au Ich wollte schon fast sagen Gefahr überwunden Aber Das tat schon weh Pein Ja Was mich schon die ganze Zeit wundert Warum haben die eigentlich solche Namen gewählt Könnten die Hätten die das nicht einfach Pein oder so nennen können Oder macht der Pein Oder so Schaff ich das Bin ich greedy Ich bin greedy Ihr schafft das Vanille Vanille Jawohl Jawohl Ach Kinders Heidewitzka Ja natürlich 2,9 Ist klar Ne Mission erfüllt Oh Ich bin um 3 Jahre gealtert Oh Pass auf Kill wieder jemanden Ich wusste es Phalanquid Oh ne Der beschwört auch noch Feinde Höret ihr Die ihr Mut im Herzen tragt Ist euer Weg versperrt So suchet uns Meine Kräfte sind entschwunden Geraubt von einem Phalanquid Findet und strafet ihn Erlöset uns 3 Hüter Hier auf der 2. Ebel So soll der Weg frei sein Ihr glaubt gar nicht Wie viel Lust ich darauf habe Vor allen Dingen Nach diesem Schleimvieh Ich wette mit dir Der war Ich wette mit euch Der war Richtig einfach Nur weil ich total Underleveled bin Ist das hier Die reinste Folter Und das ist noch Nett ausgedrückt Folter wäre in diesem Sinne Mal was Gutes Halleluja Erstmal shoppen gehen Und modifizieren Modifizieren Die Klingenlanze Schwabbelschleim Wird nicht viel bringen Das bringt auch nicht so viel Auch nicht so viel Auch nicht so viel Ich glaube ich hab die Waren Brocken Die hab ich schon weggetan Ist egal Kann mir ja da Zumindest nicht sagen Ich hab's nicht versucht EP Bonus Ah Moment Ah Es jückelt Ah Der fiese Fiese Reißer Leder Bringt eh nicht viel Dämonenfang Ein Level Ein Level kriege ich noch Von der Waffe So wahr ich hier sitze Oh nein Da muss es doch noch ein bisschen geben Bitte Lasst mich nicht so verenden Scheiße Nein Nein Ach komm Das wird nix Ich müsste auch nochmal wirklich Augmentor mitnehmen Das wär's nochmal Kaufen Heiltränke hab ich auf jeden Fall noch genug Heiltmorbid Eine Phönix Eine Phönix Fehler auf jeden Fall Ich möchte mal 10 Stück haben Äh Morbol Ich hab keine Ahnung Wofür das ist Ich hab bisher das Zeug Noch nie gebraucht Entdecke den Fehler Ich hab jetzt noch nie gebraucht 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 Ich hab jetzt noch nie gebraucht